So, ihr Lieben. Wo wollte ich hin? Ich weiß nicht, was wollte ich machen? Ich hab keine Ahnung, ich hab heißes Metall, ich hab ne Dose. Wollte ich eventuell... Oh nö. Soweit ich weiß, ist hier nur der Butler. Wer war das also dann? Der Poltergeist war's nicht. Hinter den Türen ist eine Wand. Ich komme wohl in eine andere Etage... Ich komme wohl in eine andere Etage nach draußen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hey, wer ist da? James? Ich sollte aufpassen, dass ich mich nicht schneide, das ist ziemlich scharf. Ich weiß nicht mehr, wo ich hin wollte. Das ist gerade ganz schlimm. Wo wollte ich hin? Was wollte ich machen? Ich weiß es nicht mehr. Mein Butler war also immer ein bisschen überheblich. Ja, das war so. Ziele. Mach den Schlüssel nach, öffne den Tresor, finde die Kacheln in der Waschküche, beschöre die Geister von Brenda und Richard. Okay, so viel muss ich also eigentlich gar nicht mehr machen. Das werden sehr wahrscheinlich dann die, die hierfür werden. Da, ähm, 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 ähm. Da, ähm, 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 ähm. Ja, habe ich gerade was gesagt? Toll, ich habe es wieder nicht gesehen. Das ist so typisch. Ach, genau. Ich wollte... Genau. Ich war hier oben. Und da kam ich nicht rüber. Ich brauche etwas Scharfes. Nur gut, dass wir die Scherbe eingebunden sind. Was ist los? Porzellanscherbe. So. Okay, jetzt habe ich ein Brett mit diesem Brett. Das könnte ich eventuell hier drauflegen. Ich benötige etwas, um mich hochzuschieben. Es hätte keinen tragerischeren Zufall geben können. Ganz besonders nicht so kurz vor der Hochzeitszeremonie. Der Familienrat hat beschlossen, sie auf dem Familienfriedhof zu begraben. Berenda starb in der Nacht, bevor sie Richard heiraten sollte. In einem Feuer am Leuchtturm handelt es sich um einen Unfall oder was? Mord. Ne Münze? Ich glaube ja. Alter, was mache ich hier oben? Das ist aber hoch. Ich sollte lieber zurückklettern, bevor ich hinunterspringe. Warum bin ich hier oben? Warum kann ich das? Mit diesem Hebel sollte der Kronleuchter herunterkommen. Ich sollte nicht hier sein. Hier klettere ich aber sehr wahrscheinlich wieder runter. Ja, das wollte ich ja gar nicht so. Mit diesem Hebel, wie komme ich denn an den Hebel ran? Vermutlich in der Armbrust. Ich muss den Hebel ziehen, nicht drücken. Ich habe nichts, womit ich das Ding ziehen kann. Okay, also wieder zurück. Zurück, zurück. So, eins. Genau, da. Ich muss erst mal gucken, wo ich wieder landen muss, Alter. Das war schon extrem gruselig, was hier gerade passiert ist. Ach, da komme ich nicht mehr raus, ne? Das ist die Gelegenheit, um einen Schlüssel zu machen. Komme ich hier denn noch irgendwie nach draußen? Wie bin ich hier? Hinter der Tür ist eine Wand. Hilfe! Ich weiß nicht mehr, wie ich hier wegkomme. Hilfe! Ich wollte eigentlich die Taschen aber ausmachen. Was habe ich denn hier so? Feuerzeug? Schlüssel, Teile, Dose, Münze. Ich weiß gerade echt nicht, was ich machen soll. Ich habe auch jetzt eine Woche nicht gespielt. Achso, ich komme nach hinten raus. Ja. Mhm. Okay. Geht klar. Entschuldigung. Da stand ich ja wohl mal voll auf dem Schlauch. Es ist mir erst aufgefallen, dass ich das Licht gesehen habe. Wo ist sie da? So. Na klar, das mache ich einfach so in meiner Hand. Das macht voll Sinn. Jetzt gucke ich die ganze Zeit, ob da wieder irgendwas passiert. Ich hasse Fahrstühle. Nee, Quatsch. Da wurde ich ja gar nicht hin. Das mache ich jetzt schon wieder hier. Ich wieder, äh. Ich kriege wieder nichts auf der Reihe. Oh, ne Witz. Die ganze Zeit gucke ich jetzt. Ich hasse Fahrstühle. Fahrstühle. Ich hasse sie einfach. Gästeliste. Die folgenden sind zur Verlobung von Vicomte, Richard Kengel, Sohn von Lord Henry Kengel und Lady Margaret Blackmore, Urenkelin von Sir John und Lady Joanne, Lord Thomas Blackmore, Lady Margarets Ehemann. Hier gehört eine Kerze hin. Will ich das? Render. Will sie mir jetzt helfen? Oh. 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 Die letzte Nacht sah ich Kathrine und meine Träumen. Sie sah mich vorwurstvoll an. Ich kann den Blick in ihren Augen nicht ertragen. Ich sollte Richard erlauben, Brenda zu heiraten, wenn er das wünscht. Das ist, was Kathrine gewollt hätte. Lord Kengel hat seine Meinung geändert. Das bedeutet, dass Brandas Tod doch ein Unfall war. Es sei denn, jemand anders hat sie umgebracht. Ich bin immer noch felsenfest davon überzeugt, dass es unser lieber Butler war. Ich weiß nicht warum, aber ich bin irgendwie einfach sicher, dass er seine Finger da im Spiel hat. James ist nämlich nicht der Nette. Was mache ich denn jetzt mit dem Ding? Ist nämlich nicht nur der Nette Butler von mir an. Nee, nee, nee. Glaube ich gar nicht. Was ist denn mit der Münze? Ja, super. Was? Das kann man anders verwenden? Ich das irgendwo waschen könnte, wäre ja recht nett. Fehlt mir denn jetzt überhaupt noch ein Portrait? Finde ich noch was für los. Schwere die mir das finden. Ich muss das Wachs da irgendwie abkriegen. Aber wie? Dieses Siegelwachs, ne? Wie kriege ich das Siegelwachs da jetzt runter? Kann ich das eventuell in der Kerze hier drüben machen? Nee. Das war ja schon wieder ein Tipp, wa? Okay, wir fahren mal wieder in den Keller. Also werde ich hier wahrscheinlich jetzt raus müssen. Das kann ich nicht mit bloßen Händen auseinanderreißen. Was ist das denn überhaupt? Garn. Aber kann ich damit jetzt den Hebel umlegen? Will ich das überhaupt? Dieser Fahrstuhl hat mich jetzt extrem geprägt, ne? Ich muss dazu leider zugeben, Fahrstühle sind meine größte Angst. Definitiv. Im realen Leben ständig. Ich habe tierische Panik vor Fahrstühlen. Und gerade vor diesen Horrorfahrstühlen. Ich hasse das wie die Pest. Meine Erinnerungen an dieses Medaillon sind nicht gerade die besten. Und ich glaube nicht, dass mein Butler mir noch einmal zu Hilfe eilen wird. Ehrlich, dem braucht gerade keine Sau, den Kerl. Ein leerer Benzinkanister, damit scheint ein Feuer gelegt worden zu sein. Aber mein Poltergeist braucht sicher kein Benzin, um Feuer und Flamme zu werden. Hier gehört ein kleiner Schlüssel hinein, aber das Schlüsselloch ist versperrt. Okay, das würde ich also nochmal brauchen. Was für eine schreckliche Tragödie. Im Leuchtturm brach letzte Nacht ein Feuer aus. Es wurde eine Leiche gefunden. Das ist zweifellos Brenda. Es wurde auch ein Medaillon gefunden, das mit dem Richard ihre Verlobung gesiegelt hat. Vergib mir, Catherine, aber ich schätze, dass uns diese Tragödie zugute kommt. Dieser Unfall hat also rein gar nichts gelöst. Er hat die Dinge nur noch schlimmer gemacht. Abgeschlossen. Warum sollte mein Butler mich hier hinausziehen und dann die Tür abschließen? Nice question. Aha, ich bleibe jetzt hier stehen. Jetzt müsste ich aber eigentlich alle haben. Ja, lösen. Anna, Tochter von Charles und Charles. Danach müssten Charles und eine Jane kommen. Charles und Jane, so. Deren Tochter hieß Anna. Anna. Nichte von Arthur. Arthur habe ich hier noch gar nicht drin. Der steht noch hier rum. Melissa, Philips, Ehefrau. Nichte von Arthur. Philipp, Bruder von Arthur. Philipp, Philipp, Philipp. Philipp, Bruder von Arthur. Kenne ja. Melissa, Philips, Ehefrau. Hier steht noch kein Philipp und keine Melissa. Melissa und Philipp. Die beiden gehören schon mal zusammen. Ich schätze mal, das sind die beiden. Dann kommt hier ein Arthur hin. Victoria, Ken, Gell. Victoria, Ken, Gell. Das kann ja nicht sein. Anna kann ich auch rausnehmen. Dann müssten die beiden nämlich hierhin gehören. Anna, Tochter von Charles und Jane. Okay, die muss aber nicht verheiratet gewesen sein. So, Philipp. Melissa. Philipp, Bruder von Arthur. Ken, Gell. Wo ist Arthur? Arthur müsste dann eventuell hierhin. Wittwe von Arthur. Dann war das Lady Elizabeth. So. Der müsste Anna. Nee. Victoria, Ken, Gell. Nichte von Arthur. Phillips, Victoria. So. Ich weiß aber nicht, ob Lady Victoria verheiratet war. Lady Margaret Blackmore. Oh. Lady Margaret. Margo. Margo. Victoria, Henry, und Thomas. Margo ist dann wahrscheinlich Margo. Lord Thomas. Blattmoor, dass Margarets Ehemann ist. Lord Thomas. So, wo geht Henry hin? Katharine, zieh mal so... Moment, da muss... Was sieht dahin? Was sieht der dahin? Aha, okay, das hab ich gelöst. Ich hab's gelöst. Ich hab's gelöst, ich hab's gelöst, ich hab's gelöst. So, dann muss ich jetzt dahin. Ich hab's gelöst! Und da ich glaube, dass das Spiel nicht mehr sehr lange geht, werde ich jetzt auch quasi die finale Runde aufnehmen und jetzt nicht mehr... So. 2, 6, 8, 5, 3. 2, 6, 8, 5, 3. 2, 6, 8, 5, 3. Na. Das war's! Da steht nix irgendwie mit... Hä? Ach so, Moment. Ah! Okay, Moment, Moment, Moment. Ja, ich mach's hier schon an. 1, 2... 1, 2, 3. 1, 2, 3. Rechts? Zwei... Drei... Rechts, links, rechts, rechts... 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 Der zweite Ring. Ich hoffe wirklich, dass dieses Ritual funktioniert. Sonst muss ich mich mit diesem Poltergeist anfreunden. Ich glaube tatsächlich, dass Brenda gar nicht so das Problem ist. In meinen Augen ist Brenda nicht das Problem. Ich hätte sie gerne als Poltergeist-Freundin. Ich habe das Problem gemacht. Ich habe das Beste gemacht. Brenda... Richard... Ich werde das Spiel wiedersehen. Du bist endlich wiederum. Drei... Ich habe das Glück und das Liebe, die dir so alle Jahre zu vermitteln sind. Untertitelung des ZDF, 2020 Was ist das denn für ein Ende? Was ist das für ein Ende? Was ist das? Ich bin... Was ist das? Ende Kann ich dein Ernst sein? Ich bin... Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich bin schockiert Das ist jetzt nicht dein Ernst Das könnte ich nicht machen Mein armes Herz, das geht nicht Also wie es aussieht, ist das jetzt das Ende Ich find's... Ich weiß nicht Habe ich auch was falsch gemacht? Vielleicht kann man das ja auch noch von euch verraten Ansonsten bin ich mir eigentlich sehr sicher, dass James derjenige war, der die getötet hat Und ich bleibe ein wenig schockiert zurück Wir sehen uns im nächsten Spiel Bis zum nächsten Mal Tschüss! Tschüss! Vielen Dank.